hier habe ich diesmal einen flachmann glaube ich original design made in germany drink with style stainless steel 80 oz flask drink with style einfach mal ein flachmann mit einem aufkleber wolf aufkleber vorne drauf finde ich jetzt persönlich von einer von der druckqualität her nicht so geil um ehrlich zu sein aber ich finde das mit diesen wölfen nicht so wunderschön um ehrlich zu sein um ehrlich zu sein ich würde den ab machen und vielleicht durch einen anderen aufkleber ersetzen habe ich jetzt hier irgendwas am start auf die schnelle ich würde wahrscheinlich einfach irgendwas anderes drauf machen was auch immer ja so sieht der flachmann aus wenn ich den finden sollte werde ich den verlinken ist klar ansonsten müsst ihr selber mal suchen ich hoffe euch hat das video gefallen ihr könnt mir gerne ein like da lassen oder meinen kanal abonnieren oder mir auch konstruktive verbesserungsvorschläge ich mache das halt nur zum spaß nebenbei und deswegen bearbeite ich die videos auch nicht oder ähnliches oder schneide die ich drehe auch kein zweites mal sondern immer nur ein einziges mal wie gesagt link ist vielleicht unten runter bis denn dann schaui